Das sieht komisch aus. I want to be sunlight. Sunlight? Ach, lasst mich doch alle. Es geht schon nicht gut los, ich hab Durst. Durst, okay. Aber optisch, da leiden viele Oldtimer. Müssten meist renoviert werden bzw. restauriert werden. Renoviert, das war die Tine Wittler, glaube ich. Der hat Fieber der Leidenschaft. Ja gut, beim 110 ja Leidenschaft. Warte. Fieber der Leidenschaft. Beim 110? Warte. Fieber der Leidenschaft. Irgendwie kommt das nicht rüber. Warte. Ich merk es nicht. Fieber der Leidenschaft. Man sieht das ja so optisch. Ja, das ist typisch Mercedes. Also jetzt bist du sozusagen... Eingeweiht. Wenn du nicht im Auto Blues Brüder schaffst, ne? So. Das ist so, ne? Genau. Süß. Weil das halt immer hochgespritzt wird, das Dreckswasser. Das Dreckswasser. Komm, machen wir doch mal. Das ist doof gewesen. Das ist doch Dreckswasser, oder? Ja, das hört sich so negativ an. Wasser ist total toll. Das Dreckswasser hört sich blöd an. Das stimmt ja. Wasser ist was Gutes. Sherlock Holmes. A.k.a. Sidney Hoffmann. Das konnte kein Originallack sein. Außer dieses Ding wäre neben Michael Jackson in der Druckkammer gewesen. In dieser Druckkammer. Wo Michael Jackson anscheinend immer gelegen hat. Welche Druckkammer? Hat der nicht immer in so einer Kammer gelegen? Sauerstoff. Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt. Ach so, okay. Druckkammer. Michael Jackson. Au. 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 Au.